So, jetzt gucken wir mal, wo man sie überall gebrauchen kann. Da fangen wir gleich mal mit der Gilde an, mit dem Gildenkrieg. Also nicht mit dem Gildenkrieg, mit dem Gild-Boss. Hier, schauen wir mal rein. Weltrangliste, höchster Boss. Habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Es gibt hier, glaube ich, kein Team. Verdammt, gleich das zweite Team hat keine Dolores. Es gibt hier kein Team, außer den Platz Nummer 2, wo ihr jetzt den einfach mal nicht anguckt, ja, der keine Dolores dabei hat. Und seht ihr, selbst der Erste ist auch der Meinung, dass Lern der Vorfahren noch besser ist. Die haben hier, glaube ich, alle Lern der Vorfahren auf ihr. Und ihr seht, die haben alle das Warlord-Set, also das Kriegsherr-Set, und die haben alle das Kräftigungsset. Das ist sozusagen der Endgame-Bild. So wollt ihr es am Ende haben. Dass wir das jetzt... Okay, das ist irgendwie ein grafischer Bug hier. Nee, der lädt noch, okay. Genau, da ist es, ja. Kriegsherr und Kräftigung. Dass ihr das jetzt am Anfang nicht schafft, ist verständlich, ja. Geht mir ja genauso, aber das ist bloß schon mal der Ausblick, wo wir hinwollen am Ende. Ähm, Nordland ist im Lurk. Ja, gerne. Äh, viel Spaß noch bei deinem Besuch und, äh, wir hören uns. Genau, das war der Erste. Also da ist die Stable. Es gibt kein Gilden-Boss-Team. Sag mal, bis auf den einen jetzt, keine Ahnung, was der gemacht hat. Vielleicht war der betrunken oder so. Oder bildet gerade eine neue Strategie aus. Es gibt kein Gilden-Boss-Team, wo Dolores nicht dabei ist. Gehen wir mal in die Raids über. Gucken wir mal in die Raids rein. Ähm, Ausrüstungsrate. Eins. Gucken wir mal mein Team an. Guckt rein. Dolores ist dabei. Okay. Gucken wir mal bei den anderen Leuten rein. Stufe 21. Empfohlene Aufstellung. Dolores ist dabei. Dolores, Dolores, Dolores. Da brauche ich nichts mehr weiter dazu sagen, ja. Ausrüstungsrate 1 ist Dolores Stable. Gucken wir mal hier rein. Ausrüstungsrate 2. Das ist mein, mein, mein Ding. Dolores ist dabei. Und die Stufe 21 habe ich da sogar schon gecleared, ja. Gucken wir mal rein, was die anderen so machen. Immer das Gleiche, ja. Dolores ist dabei. Dolores, Dolores. Die Dolo, die ist immer am Start. Ausrüstungsrate 3. Wenn ihr jetzt denkt, ja, Ausrüstungsrate 1 und 2 ist sie gut. Und Gildenkampf ist ja schon viel. Aber nein. Es geht weiter. GeoHit 3. Dolores ist dabei. Das reimt sich sogar. Hier können wir auch mal reingucken. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da auch alle Dolores dabei haben. Da ist sie. Da ist sie. Und da ist sie auch. Ja, haben wir nur mal ein paar angeguckt. Also auch hier ist sie dabei. Das Einzige, wo sie nicht dabei ist, ist wahrscheinlich hier. Weil da hast du nicht genug Platz, um sie mitzunehmen. Im Artefakt Raid. Gucken wir mal gucken, ob da jemand was mit Dolores spielt. Ne, da ist sie nicht dabei, ja. Aber sonst ist sie gut. Faction Wars. Das sind ja alles so Sachen. Faction Wars und hier dieses Ressourcen Raid. Das ist ja sowieso nichts, wo man unbedingt krass pushen muss. Weil das hat man sowieso irgendwann geschafft. Und der Aufstiegsrate ja sowieso. Das ist ja das erste, was man auf Max-Level voll bekommt. Schon nach einem Monat spielen oder sowas ist man da ja relativ gut durch. Und finstere Flut ist sie, glaube ich, auch nicht so gut. Aber die wichtigsten Sachen in dem Spiel sind ja Ausrüstungs-Raid und Gilden-Boss. Und da ist sie bei beiden richtig gut. Und in der Arena natürlich auch, ja. Können wir hier reingucken. Gucken wir einfach mal in die Rangliste. Schauen wir uns mal den ersten an. Der hat bei Anti-Luft Dolores dabei. Bei AOE-Arena Dolores dabei. Einzel-Ziel-Arena Dolores dabei. Und bei kontinuierlicher Schaden keine Dolores dabei. Schade. Also ist sie nicht so gut, ja. Wird nur in drei von vier Arenas verwendet. Jo, also hier, er hat sie sogar in allen dreien dabei. Äh, allen vieren dabei. Ja. Also. Wie gesagt. Ist, glaube ich, mit Abstand das, nicht das Beste, will ich nicht sagen. Aber das wichtigste Epic, was es im ganzen Game gibt. Die gute Frau, die Frau Dolores. Mein Lieblings-Epic ist trotzdem noch Idril. Aber, ja. Das war mal meine Zusammenfassung, was Dolores angeht. Das war mal meine Zusammenfassung. Wie gesagt. the Indien. Bis bald. Dann ging es 이medin ryn. und ich wollte aber anche ausconfidence, Ich hab mir Midte Christmas und Shootout. Ich hab mir nie mitemer. Wie gesagt. Frau Das ist nicht so gut. Vielen Dank.